Freut euch, das Christkind kommt bald. Am 24. Dezember 2016 ab 13 Uhr versammelten sich Eltern mit Kindern auf dem Hauptplatz in Fonsdorf. Sie alle warteten auf das Christkind, denn es kommt mit der Weihnachtskutsche und verteilt Weihnachtssackerl an die Kinder. So jedenfalls stand es in einer Anzeige. Es gibt Kinderpunsch und Glühmust für die Erwachsenen. Die Bläsergruppe Hetzendorf unter der Leitung von Max Hauptner spielte auf dem Balkon des Gemeindehauses Weihnachtsweisen. Karl Bär, so macht es den Anschein, hat seinen Pferdel zu viel Hafer gefüttert. Bürgermeister Gernot Lobnig hilft die Kiste mit den Geschenksackerln abladen. Man hat heuer den Programmablauf leicht umgeändert, und zwar eine Stunde früher als in vergangenen Jahren. Anscheinend haben das nicht alle mitbekommen. Karl Bär zieht noch einige Runden mit seinem frisierten Pferd. Ernst Rheinwald und Gattin von der Fotogruppe der Naturfreunde Fonsdorf. Noch ein Interview mit Tourismusverband-Geschäftsführer Dietmar Keller. Liebe Fonsdorfer im Ländle, ich darf euch heute am Heiligen Abend die herzlichsten Grüße aus Fonsdorf direkt ins Ländle übersenten und wünsche frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Ländle. Untertitelung des ZDF, 2020 Mentor und Mitbegründer der Zeitreise Fonsdorf, Fred Ziegelfest. Untertitelung des ZDF, 2020 Weitere Zeitreise-Mitglieder Familie Hollerer Dino Engelmayr, Bruder von unserem leider viel zu früh verstorbenen Gründer der Homepage Fonsdorfer am Bodensee. Nach langem Warten nun die Kinderbescherung. Die Sackerl wurden von den Engeln verteilt. Die Sackerl wurden von Töchterl und dando die Kinderbescherung. Die Sackerl wurden von Töchterl, die Battle Chevron haben, die Sackerl z Chefs bedient. Die Schwestern kamen, die Sackerl, die vivre mit dem Leben im Ländle. Die Sackerl wurde mit einem Baum, die am Regen, die weinen bei uns die Kinderbescherung. Die Sackerl wird von Töchterl. Die Kirchen besagt, die Sackerl ist die Kinderbescherung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Eventfotograf Gerhard Leitinger, auch er hatte die Zeit der Bescherung falsch interpretiert. Er kam, als fast alles vorüber war. Gerhard Wittig kam mit Tochter Nicole zuletzt auch noch auf den Hauptplatz. Nicole lebt in Vorarlberg, gehört also auch zu den Ausgewanderten. Danke für die Aufmerksamkeit und bei einer anderen Gelegenheit.